Hallo und herzlich willkommen zu den dieswöchigen Wien-TV-Nachrichten. Zu meiner linken steht der Soli und auf meiner rechten Seite der Roland. Und wir beginnen gleich mit den Kurznachrichten. Im Oktober kam es vermehrt zu rassistisch motivierter Gewalt. Nachdem in Sachsen-Anhalt am 7. Oktober ein Flüchtling der Refugee-Bewegung niedergeschlagen wurde, brankte am 8. Oktober in Duisburg ein Mehrfamilienhaus, in welchem vorwiegend Südeuropäerinnen lebten. Am 20. Oktober brannte ein Asylwerberheim in Baden in Deutschland. In Folge kam es auch in Wien am 27. Oktober zu einem Übergriff durch Rechtsradikale auf das Büro der ATIGF in Wien im EKH. Es wird berichtet, dass die Angreifer aus der Unsterblich-Bewegung entstammen, die der rechten Hooligan-Szene um den Fußballvereinen Austria-Wien zuzurechnen sind. Neues gibt es auch zu den aktuellen Prozessen gegen Rechtsradikale zu vermelden. Der NSU-Prozess zieht sich im Moment. Von den Nebenklägern der Opfer wird kritisiert, dass eine alte Ermittlungsakte bis jetzt noch nicht als Beweis zugelassen wurde. Hierbei geht es um einen Mord in einem Internetcafé, zu dessen Zeitpunkt sich auch Versuchtsschutzbeamte aufgehalten haben sollen. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Zusammenhang zwischen dem Beamten und dem Mord besteht. Auch in Österreich haben wir einen Prozess gegen Rechtsradikale. Das Urteil im sogenannten Objekt 21-Prozess wird für den 4. November erwartet. Zu dem Zeitpunkt, als die Männer verhaftet wurden, war die Rede davon, dass bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine erfolgreose Hausdurchsuchung gemacht wurde. Der Grund dafür sei angeblich, dass die Männer von einem befreundeten Polizisten gewarnt wurden. Ob die Vorwürfe nun stimmen, wurden bis heute weder dementiert noch bestätigt. Am 18. Oktober wurde der 6. Jahrestag der Euro-Gen4 in Vincenza in Italien begangen. Diese Idee von einer externen Polizeieinheit, die eingreift, wenn es brenzlig wird, übersteigt die Vorstellung vieler in puncto von Transparenz. Bisherige Einsatzorte waren Bosnien, Afghanistan und Haiti. Weitere Entwicklungen sind genauestens zu beobachten. Die Flüchtlinge der Wiener Refugee-Proteste müssen mit Ende Oktober aufgrund von Renovierungsarbeiten der Sowidengröße verlassen. Auf der Uni für Bildende Künste wurde daher kurzerhand eine Diskussion organisiert, um gemeinsam abzuklären, wie es mit den Protesten nun weitergeht. Wien-TV wird nächste Woche über die Geigengänge berichten. Wir haben euch schon in den vorigen Wien-TV-Nachrichten öfters über die Vertreibung der Obdachlosen aus dem Stadtpark berichtet. Als Begründung gab die Polizei mittels ihren Polizeisprecher-Kollup an, dass es sich bei dem Gesetz auf der Verordnung der Kampierverordnung berufen und die Benutzung von Schlafsäcken im öffentlichen Raum untersagt sei. Vergangene Woche kam es zu zwei Aktionen, bei denen die Zivilgesellschaft sich solidarisch mit den Wohnungslosen zeigte. Es ist überhaupt verboten, dass ein Mensch innerhalb des Stadtgebietes einen Schlafsack entrollen aufmachen darf. Und mit dieser unpackbaren gesetzlichen Regelung ist die Polizei am 5. Oktober eingeschritten, um Menschen, denen es sehr, sehr schlecht geht, die seit Jahren dort im Stadtpark ihr Leben leben, so gut sie können, um sie von dort zu vertreiben und das auf eine gesetzliche Basis gestellt haben. Ihr dürft hier den Schlafsack nicht ausrollen, ihr dürft den Schlafsack hier gar nicht verwenden, also Abflucht. Jetzt kamen wir jetzt an Stephansplatz. Und für was ist das gut? Wie hilft das? Solidarität, ein Zeichen zu setzen, hier mitten im Herzen von Wien, auch dem Konsumzentrum von Wien, ein bisschen Bewusstsein an die Menschen weitergeben zu dürfen. Alle wohnungslosen Menschen gibt es in ganz Wien. Ja. Warum ist dann gerade der Stadtpark jetzt so ein Thema und warum vertreiben Sie die Leute gerade aus dem? Weil es die Politik der Stadtverantwortlichen oder Stadtunverantwortlichen ist, gewisse Plätze, die vor allem dem Tourismus auch dienen, die vor allem auch dem Kommerz dienen, reinzumachen und reinzuhalten. Und zu zeigen, Wien ist eine saubere Stadt. Und was ist eigentlich mit den Notschlafquartieren? Die Notschlafquartiere, die es gibt, Gott sei Dank sind sie da. Sie sind ein Tropfen auf dem heißen Stein, sie sind viel zu wenig. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es genug obdachlose Menschen gibt, die aufgrund ihrer Veranlagung und ihrer Erlebnisse, die sie gehabt haben, eigentlich nicht in der Lage sind, zusammengepfercht, weil eben Platznot ist, ihr Leben zu fristen, die einfach nach Jahren auf der Straße nicht die Möglichkeit haben, überhaupt vier Wände um sich zu spüren, weil die das nicht aushalten. Und für mich ist wichtig, dass das Bewusstsein der Menschen ein bisschen mehr demokratisch wird, dass man sagt, ja, ich bin solidarisch mit Armen, ich bin solidarisch mit Kranken, ich bin solidarisch mit anderen, heute nicht gut geht. Die Menschen sind viel zu ignorant. Genau. Also man nimmt das, glaube ich, nicht ernst oder man verdrängt das und vielleicht sein eigenes Gewissen zu beruhigen oder nicht zu aktivieren, weil dann muss man was tun. Ja, ich habe schon Angst und Bedenken, dass, wenn es so weiter geht, dass unsere Gesellschaft eher gleichgültiger wird, dass wir dann vielleicht wieder diese Diktaturzeiten erleben. Und dann soll man lieber vorbeugen, wirken und sagen, Moment, Stopp, wir wollen die Gesellschaft, wenn es geht, anders sein. Renate Sassmann hat für uns am vergangenen Samstag eine Gedenkundgebung im Wiener Donaupark unter dem Motto Nie wieder Gleichschritt besucht. Richard, warum treffen wir uns heute wieder da und nicht am Heldenplatz? Warum? Warum treffen wir uns heute da und nicht am Heldenplatz, wie voriges Jahr versprochen wurde? Naja, wir geben also diesen Ort nicht auf. Wie werden das Dritten da weitermachen? Das ist ja, hier wollen wir weitermachen. Eine ganz kurze Kundgebung nur, eine Granzwiderlegung, aber das geht man nicht auf, weil hier ist der Ort der Hinrichtungen. Das andere ist Denkmäler und so weiter. Dort werden auch Kundgebungen selbstverständlich stattfinden. Aber die geben wir nicht auf. Da sind wir denen schon schuldig. Also, nun, dann werden wir ja sehen. Ich sage, solange das nicht dort steht, bin ich etwas skeptisch. Ich auch. weil da gibt es noch ziemlich starke Kräfte, die jetzt notgedrungen mitmachen. Aber wenn es nach denen ginge, das sind jene, die heute noch sozusagen auf das Grab vom Not nie Wert legen. Und die wollen auch kein Neckmal für diese Töre. Also, das ist mir schon klar. Aber bitte, wir wollen es hoffen. Im letzten Akt möchte ich Richard bitten, dass wir gemeinsam den Kranz vor die Gedenk... Möchtest du... Nein, ich trage ihn. Dass wir ihn gemeinsam... Weil er hat sich gewehrt. Dass wir das gemeinsam machen. Ich möchte mich jetzt schon vorweg bei allen ganz herzlich bedanken, die heute gekommen sind. Und ich bin überzeugt davon, die nächste Gedenkveranstaltung findet am Ballhausplatz zwischen Bundeskanzler und Bundespräsidenten statt. Am 26. Oktober 2014. Herzlichen Dank. Und Richard, darf ich dich bitten. Ich bin mir schon nicht reden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als klare Antwort auf den brutalen Angriff der Comintern-Tagung IKMH kam es am Montag, den 28. Oktober zu einer Soledemo am Viktor Abler Markt. Wien TV war für euch dort vor Ort und kann berichten. Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause am Sonntag gemütlich bei einem Café und es werden Steine in eure Wohnungen hineingeworfen. Stellt euch vor, ihr sitzt mit euren Kindern in einem Lokal und da kommt eine Horde von Neonazis und hat es auch unter anderem auf eure Kinder abgesehen. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen zusammenhalten. Ich habe also zwei schwere Faustschläge am Kopf gekriegt, habe eine leichte Gehirnerschütterung und habe einen Tritt in die Rippen gekriegt. Und es ist ihnen nicht gelungen, das Lokal zu stürmen, sondern dadurch, dass da so viele Leute waren, die dann auch runtergekommen sind, nachdem ich geschrien habe, Nazis, wie für Nazis? Nazis, ja, sind die runtergestürmt und dadurch hat man dann die Leute auf der Straße irgendwo draußen aufgegriffen und ja, die sind angezeigt worden, aber es sitzt niemand in Anhaft. Du wirst deswegen nicht im Bild sein, weil du Angst hast, dass du irgendwie einen Hausbesuch kriegst? Ja, nein, die Leute sind auf freiem Fuß, ja, die Leute sind alle amtsbekannt, also, ich meine, ist ja keiner dabei, der nicht schon einmal was gehabt hat, wegen schwerer Körperverletzung oder sowas, und keine neue Gehirnerschütterung, bevor die Alter nicht ausgeheilt ist, ja? Verstehe ich. Ganz einfach. Danke. Nieder mit dem Faschismus, nieder mit dem Rassismus, es klebe die internationale Solidarität. Und ich stehe hier, weil ich eben gegen Faschismus bin und weil ich es nicht okay finde, dass man aufgrund seiner politischen Gesinnung verfolgt wird. Und deswegen müssen wir gemeinsam, Migranten, also alle Arbeitnehmerinnen, alle, die von Sozialabbau und Kürzungen betroffen sind, gemeinsam auf die Straße gehen und diesen Boden, auf dem der Rechtsextremismus wächst, beseitigen. Denn was gestern in einer Form gegen Attigift angetan wurde, passiert in Ungarn, in der Slowakei, in Bulgarien, in Rumänien, gegen die Roma. Das heißt, der Faschismus, der Faschismus etabliert sich zusehend, etabliert sich zunehmend. Und das kann uns nicht egal sein, liebe Freundinnen und Freunde. Wir kommen nun zu den Ankündigungen. Am 30. Oktober finden die Antinationalen Treibstofftage statt. Die Wagenplätze kritisieren die repressive Politik und das harte Vorgehen gegen die Wagenplätze. Bis heute hat kein Wagenplatz einen fixen Standort von der Stadt zugesprochen bekommen. Einen Programmpunkt der Antinationalen Treibstofftage wollen wir besonders hervorheben. Und zwar die Nachttanzdemo, die am 31.10. in Wien stattfindet. Für diese außergewöhnliche Protestformen haben sich bereits mehrere Soundsysteme angemeldet. Los geht's am Donnerstag um 17 Uhr am Christian-Broder-Platz. Weitere Infos findet ihr unter www.nachthansdemo.info Am 30. Oktober um 19 Uhr findet im Depot in der Langengasse ein Vortrag zu über Netzneutralität statt. Organisiert von der Gründungswerkstatt. Der Vortrag kommt anlässlich der neuen Gesetzgebung in Nierlanden und nach Netzbetreiberinnen den Datenfluss der Nutzerinnen nicht einflussen dürfen. Es gibt ein Künstlerinnen-Kollektiv, das sich intensiv mit den Refugee-Protesten auseinandersetzt. Und um was es dabei geht, seht ihr jetzt. Mein Name ist Mir Tihanggir Awan. Ich bin Kashmir. Vielen Dank, meine Damen. Mein Name ist Khan Dalat. Mein Name ist Salah al-Din Najah. Mein Nationalität ist Marokkan. Ich bin Nisar Al-Din Najah. Okay, mein Name ist Nisar Ali. Ich komme aus Pakistan. Mein Alter ist 22, um in Pakistan zu starten. Shame on you. Und die Initiatorinnen, das Projekt sind heute hier und werden sich jetzt vorstellen. Ich bin die Sini. Wir haben ein Künstlerprojekt gemacht unter dem Namen Last Zapper. Ich heiße Dominik Spitaler. Ich bin Johannes Rahman. Anfang August haben wir begonnen, die Flüchtlinge im Servitenkloster kennenzulernen und haben mit ihnen Videos gemacht, wo sie aus ihrem Leben erzählen. Über die Interviews hinaus haben wir auch eine Aktion im öffentlichen Raum geplant. Diese Aktion wird sich mit der Rolle der Medien und der Rolle der Refugees auseinandersetzen. Wir wollen dabei die Österreicher und Österreicherinnen einladen, sich gemeinsam mit den Refugees an einen Tisch zu setzen und ihre eigene Rolle zu überdenken. Sehr wichtig ist es uns, den Refugees eine eigene Stimme zu geben. Die Möglichkeit dazu habt ihr diesen Samstag, dem 2.11. zwischen 16 und 18 Uhr in der Maria-Hilfer-Straße in der Fußgängerzone auf der Höhe der Tür Nummer 81. Wir freuen uns auf euer Kommen. Die Interviews werden in den nächsten Monaten im öffentlichen Raum gezeigt. Um herauszufinden, wann und wo, liked am besten unsere Facebook-Seite facebook.com slash lastzapper. Ein Benefizkonzert für die Refugee findet am 1. November am Badeschiff statt. Unter den auftretenden Künstlern findet sich die Gruppe Jasmo, selbst laut Mit-Miss-Lied und die Spenden, die ihr dann großzügigerweise gebt, zwischen 8 und 12 Euro, werden dann den Refugees zugutekommen. Pelz oder Leben Das ist das Motto des großen Herbstumzuges gegen Pelz vom Verein gegen Tierfabriken, kurz VGT. Dieser findet am Samstag, den 2.11. statt. Treffpunkt ist 13 Uhr beim Westbahnhof. Am Samstag, den 2. November, findet ein zweiter Schlafsack-Rollern-Flashmob in Solidarität mit den vielen Obdachlosen statt. Treffpunkt hierfür ist um 14 Uhr in der Maria-Hilfer-Straße-Ecke Neubaugasse. Beim Precarity-Office am 5. November lautet das Motto Let's Talk About Work and Right. Dabei handelt es sich um ein Info-Café für Selbstverteidigung und gemeinschaftliches Protestieren. Wenn ihr noch ein Interesse habt, kommt ihr am 5. November um 18 Uhr ins W23. Und noch eine kleine Korrektur. Das Antifa-Café findet nicht, wie behauptet, jeden 1. und 3. Montag, sondern jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in das Bäckerei statt. Vielen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das heißt Same Place, Same Station. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.